Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben, haben ein kleines Feuergefecht gehabt und müssen jetzt hier weiter. Was ist mit dem passiert? Okay, das ist aber eine Gang, wie es aussieht. Alle mit grünem Top. Wir sollten los, Marleen. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Okay, müssen wir sogar nicht hier lang. Gut, dann halt nicht. Ah, das ist die Marleen. Ja, ja, wir sind gleich da. Keine Sorge, keine Panik. Aber wo sind wir denn dann? So, ich lade mal ganz kurz nach hier. Ah, da, so hinein. Okay. Sehr schön. Okay, irgendwie weiß ich nicht, ob man der vertrauen kann überhaupt. Aber es geht schon. Naja, wird schon nicht nennen, oder? Wir sind jetzt auch gleich da. Ja, will ich ja kaufen, Mann. Achtung, die Sperrstunde ist jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Achtung, die Sperrstunde sind jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgerissen wird, wird verhaftet und verurteilt. Ja, ja, Sperrstunde. Wir wissen es schon. Oh, macht's Türchen auf, Marleen. So, Gott, da hat wir zu schwach. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die scheiß Finger von hier. Hör auf damit. Steht schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleib ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du's grad sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen hab. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaub, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt gehen wir mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. Ah, da haben wir also die kleine Ellie. Auf die müssen wir jetzt aufpassen. Oder sie besser gesagt zum Rathaus bringen. Wir sind also alleine unterwegs. Ja, jetzt habe ich niemanden mehr, der mich unterstützt im Kämpfen oder so. Das heißt, es wird ein bisschen blöd. Ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Dann sollten wir nicht auf der Straße bleiben. Ja, Kleine, mach das. So mag ich das. Ich bin Boss, du folgst mir. Wenn ich wüsste, wo ich hingehe. Moment, ich wüsste, wo ich lang muss. Muss ich hier hinaus? Ah, da. Schaut mal. Kann man da irgendwie durch? Nee, kann man nicht durch. Okay. Hm, also hier mal nicht. Aber warte mal, wo sonst? Ah, da. Schaut mal. Da kann man runter. Alles klar. Hier runter. So, Taschenlämpchen an und dann sehen wir ein bisschen besser. Mal aufpassen hier. Man kann hier wissen, wann hier irgendwas daherkommt. Los, mach ihn. Ja, der Joel stresst die Ellie ganz schön. So. Okay, wie sollen wir da hochkommen? Das ist schon eine berechtigte Frage. Vielleicht hier? Durch diesen Ding da? Nee, okay. Hm. Findet sich vielleicht hier eine Leiter? Ah, das kann man hier mit dem Schieben. Jawohl. Und wohin damit? Daher, oder? Jawohl. So. Und damit kann man hoch. Sehr schön. Der Ellie muss wahrscheinlich helfen, weil sie ein bisschen kurz ist. Komm schon, Ellie. Ellie. Kommst du jetzt? Dann mach's halt selbst. Schafft sie das selbst? Ich denke schon, oder? Soll ich dir hochreifen? Nee, okay. Sie kann's allein. Okay. Sie kann also allein klettern. Sie braucht nur eine kleine Weile. Ja. Okay, wir sind jetzt hier in einem Gebäude. Ja. Ja. Auch illegal? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Nee, Kinder haben wir noch nicht geschmuggelt. Du bist also befreundet mit der Anführerin der Firefly. Mit wie alt bist du? Zwölf? Wo sind deine Eltern? Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na klar. Gut. Ja, die zwei kommen also gut zurecht. Geh durch, oder was? Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marleen? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Alles klar, da geht's wieder weiter. So, wir sind jetzt hier an der Grenze. Sind es bloß nicht komisch, dass Sie uns die Arbeit überlassen? Marleen wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Er hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Alles klar, da geht's jetzt hier hinaus. Ich geh mal vor. Na los. Oder auch nicht. Ja, ich geh als Letzter. Passt schon. Ja, ich geh als Generator. Ja, ist ja nicht so schwer. Jawohl. Oh, der ist aber ganz schön laut, das Ding da. Aber der bringt uns... ...runter. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Hat er ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab? Ali, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja. Was haben wir denn hier? Patrouillen-Route-Karte. Ah, da haben wir jetzt so eine schöne Hostal-Camp. Ja, okay. Das ist Kartenlesen. Ja, wisst ihr. Ja, das kann ich nicht. Ich bin kein Kartenleser. Dann haben wir durch hier. So. Ja, machen wir. Alles klar, wir müssen uns also hier jetzt ausschleichen. Das Ding ist nicht gut für uns. Ach, du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ja. Wow, das Ding sieht auch verdammt geil aus irgendwie. Das hört sich auch geil an. Wie richtiger Ding. So, dann schätze ich mal hier durch diesen Lastwagen durch. Oh, wie sich das geil anhört, Leute. Ich weiß, es sind so Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten machen es aus. Oh, shit. Los, keine Dummheit. Los. Umdrehen. Auf die Knie. Du scannst sie. Ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so, dass sie könnte sich richtig liefern. Still. Und genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Und dass sie ihr lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulüsen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Oh, Scheiße. Okay, was ist jetzt los? Scheiße. Ellie ist immun oder so? Oh, nee. Shit, Alarm. Scheiße. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Lauf. Okay, das ist jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, wenn uns das Licht erwischt, dann sind wir am Arsch. Also, das sollte nicht passieren hier. Oh, oh. Ich bin da. Verdammt. Da. Ich seh sie. Ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Wo soll ich denn jetzt lang? Rechts oder links? Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Lass bei Joel. Okay, aufpassen hier. Kann man da hinein? Ja. Okay, aber ob sich das was bringt, ist eine andere Frage. Nee, bringt sich gar nichts. Scheiße, aufpassen hier. Okay, bin ich jetzt hier sicher? Ja, sieht so aus, als ob ich hier sicher wäre. Auf alle Fälle sicherer als weiter da hinten. Ich kann welche hören. Oh, shit. Moment. Mist. Rund da. Ah, leuchtet doch nicht rum, du Arschloch. Ich denke, wenn ich hier hinaufgebe, bin ich sicher, oder? Ja. Schön vorsichtig, aber. Hier können wir durch. Okay, da können wir durch. Ja, haben wir ja gut geschafft, würde ich mal sagen. Okay, aber es ist doch nicht zu Ende. Haben wir da was? Nee, gar nichts. Okay, aber wir können hier diesen Stein aufheben, um für Ablenkung zu sorgen. Hat sie mich schon gesehen? Doch nicht schießen. Scheiße, die schießen auf uns, die schießen auf uns. Okay, shit, 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 shit. Man sieht so schlecht, wenn sie mir liegt. Ich habe nur noch einen Schuss. Dieser Schuss muss sitzen. Wo ist er? Komm her, man. Komm her, siehst du. Oh, shit, er hat mich getroffen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Sie gehen in Deckung gehen. Shit, geh in Deckung, man. Geh in Deckung. Jawohl, sie hat ihn erwischt. Irgendjemand von denen Munition dabei. Ich meine, ich brauche Muni. Keiner hat Munition dabei. Na toll. Das war mein letzter Schuss. Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Tess, erledig du das. Shit. Zeig dich endlich. Los, schau dich. Nein. Tess, schieß doch. Komm, den kann ich mir holen, den kann ich mir holen, den kann ich mir holen. Den holen wir uns. Yes. Hat der Muni? Nee, der hat keine Muni. Scheiße. Wow, shit, 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 shit. Holy fuck. Deckung. Okay, okay, kann man hier weiter? Ja. Oh, lauf, 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 lauf. Shit, 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 und rein da. Oh. Shit, man. Puh, ich wäre fast gestorben. Ich habe es irgendwie geschafft. Holy fuck. Ja, sieht sehr gut aus. Ich bin im Arsch. So, ich muss mich heilen. Holy fuck. Das war ja Action, Mann. Das war Action. Das war wirklich Action. Okay, Leute, wir machen mal einen kleinen Cut und sehen uns dann wieder beim nächsten...